Das wird mir jetzt so blöd, ich setz jetzt hier ne Fackeln, da ne Fackeln, hier ne Fackeln. Alter, die können doch hier nicht... Ach, was sind Fackeln? Ich dachte grad, dass wir in Spinnung. Oder kommen die hier irgendwie durchgesegelt? Ne, ich dachte grad, dass es da offen wäre. Alter, das geht mir langsam auf. Okay, es ewig spawnt hier was. Brauche ich das hier auch nochmal mehr Fackeln? Wir leuchten das hier irgendwann noch aus. Können wir hier so Lampen hinbauen? Schreibt da bitte auch nochmal so ein paar Vorschläge in die Kommentare, was wir für so Lampen hier an die Decke bohren könnten. Ich hab noch keine Ahnung, was ich da genau machen soll. Ja, wenn ihr da noch ein bisschen was in die Kommentare schreibt, so ein paar Vorschläge, Ideen und so. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir hier... Oh, wie weit wir da noch ausbauen müssen. Die U-Bahn, die wird ja noch ewig kalten dauern. Ja, deswegen, ich muss mal sehen, dass ich das irgendwie... Vielleicht mal über ne Stunde oder so aufnehme. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt jemand anguckt, aber irgendwie... Alter, wir kommen ja überhaupt nicht voran. Huch, jetzt hab ich hier Dings mit Gebot. Hm. Hm, hmm. Hm, hm. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Herr Professor, das ist gar nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. So. Ey, trotzdem mach ich jetzt weiter hier, ne? caller, was kann ich mal eigentlich mal so...? Boah. Das ist grad voll scheiße, ich weiß nicht, was ich labern soll. Hm. Ja, wie wär's denn eigentlich? Schreibt mal ein paar Vorschläge in die Kommentare, bitte. Wie wär's denn, wenn ich vielleicht mal... Ich irgendwie eh Let's Play, wenn ich da einfach mal dann gleichzeitig in TeamSpeak gehe und dann könnt ihr mit mir TeamSpeak oder sowas. Wie wär die Idee eigentlich? Schreibt da bitte mal in die Kommentare, äh, hoch, äh, was ihr davon halten solltet. Und ja, so, jetzt kommt der nächste finnestiger Stack. Der nächste finnestiger, als du herkommst. Zuck, 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 zuck. Boah, das dauert echt neun Jahre, bis wir damit durch sind. Boah, scheiße, sorry für die Kraftausdrücke, aber... Überlegt euch mal, wieviel wir jetzt hier noch wieder wegbohren müssen. Boah, das ist ja unfassbar. Unfucking Fußball. Unfucking Fußball. Unfucking Fußball. Fußball. So. Boah, das ist aber wirklich ein Loch. Na, was könnte man hier erstmal ohne Scheiße sprechen wir über ein Thema an? Fußball-WM 2014. Wer... Sorry. Da schneide ich jetzt nicht raus, das ist mir zu blöd. Äh, wer... Oh, nee, ne. Ne, ne, ne. Spitze, ey, kaputt. Ja, wer von euch mag denn überhaupt Fußball, wen interessiert das überhaupt oder wer guckt denn die WM überhaupt? Äh, also die Fußball-WM 2014, die kommt ja bald, wer guckt die? Und wer interessiert sich überhaupt für Fußball, schreibt das doch mal in die Kommentare. Was haltet ihr so von Fußball oder von der WM? Und Scheiße von mir an, aber... Ich mein, das bringt ja eh nix, die Spielen im Moment irgendwie wie Kacke. Wenn man sich mal überlegt... Okay, wie Kacke kann ich das jetzt auch nicht sagen, aber ich mein, hier... Gegen Polen 0 zu 0, nix gegen Polen, aber... Sonst haben die ja immer voll gewonnen. Also okay, auch wenn es halt immer 1-0 oder 2-0 oder sowas war... Irgendwie kommt mir das im Moment so vor, als wäre die deutsche Nationalmannschaft irgendwie... Gar nicht mehr so... Gut im Fußball, aber ich hoffe natürlich, dass wir das Ding rocken. Aber was ich persönlich nicht glaube, ist, dass Spanien Weltmeister wird. Ich glaube wirklich ernsthaft, dass sie das jetzt nicht packen. Ich schätze mal, mit etwas Glück könnten die vielleicht noch ins Halbfinale einziehen, aber dann ist auch Schluss. Dann ist vielleicht noch der Weg auf Platz 3. Vielleicht schaffen sie es dann noch bis zum Platz 3 noch. Bis zum Platz 3 noch oder so. Aber ich denke mal, weiter schaffen wir es nicht. Nichts gegen Spanien, aber irgendwie kommt mir das schon so vor, als wenn Spanien das diesmal nicht so weit schaffen wird. Das ist ja schon ein bisschen... Boah, die haben jetzt so oft gewonnen. EM und WM. 2008 die EM. 2010 die WM. 2012 die EM und wenn jetzt nochmal so 2014 die WM, dann würde ich ja durchdrehen. Nichts gegen Spanien oder Spanier, aber... Ich meine nur so. Ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, dass Spanien wieder Weltmeister wird. Ja. Okay, das können wir nochmal so ansprechen. Das war jetzt ja auch toll. Da habe ich ja sehr viel jetzt über den Spanien geredet. Äh... 64-Stack haben wir noch, den wir hier noch verbauen können. Ja. Okay, gleich beendet ich auch nochmal die Aufnahme, würde ich sagen. Und dann sehen wir es nämlich auch in Folge 100 schon wieder. Die muss ich natürlich auch noch aufnehmen. Fällt mir mal gerade so auf. Das dürfen jetzt in Folge 99 sein. Hm. Ja und hier, wie gesagt, das mit den Fackern, das machen wir auch noch anders. Da wird dann auch irgendwann vernünftige Beleuchtung reinkommen. Vielleicht mache ich auch Glowstone so an der Decke. Das ist komplett hier überall Glowstone an der Decke. Also ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Ja oder halt so Lampen, so Glowstone-Lampen. Irgendwie sowas. Würde ich persönlich jetzt ganz gut finden. Was haltet ihr denn davon? Schreibt bitte mal in die Kommentare. Oh, wie oft ich das immer sage. Schreibt bitte mal in die Kommentare. Was sage ich denn davon? Schreibt bitte mal in die Kommentare. Boah, komme ich mir langsam ein bisschen blöd vor. Na ja. Hm. 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 So. 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 Jo. 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 Ja. Tut mir leid. Hm. Ja. Das ist scheiß, wenn du nicht weißt, was du labern sollst. Hm. Ach ja, übrigens mit Raid. Ich weiß jetzt persönlich zumindest zu dem Zeitpunkt. Oh, Boah, Bruder ist abgeschlossen. Ich weiß zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt nicht, wie das ist. Ob ich jetzt, äh, ob Raid eigentlich weitergeht. Vielleicht weiß ich es ja, wenn das Video hochgeladen ist schon, also zu dem Zeitpunkt, vielleicht weiß ich es dann ja wieder. Aber, jemand, ich nenne jetzt, ich bin mir erstmal nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Und ich nenne jetzt auch sowieso sicherheitsgrund nicht den Namen von demjenigen, aber jemand hat, ich glaube es waren sogar mehrere, aber bei einem von denen, einer, ein Mitglied aus Raid hat halt Login, Passwort und IP gezeigt. Und dann war halt, oder zur Wackelkrieg, ich nenne jetzt keine Namen und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Ich will jetzt hier keine falschen Anschuldigungen machen. Aber, naja, Backup ist halt ein bisschen älter und jetzt müssen wir sehen, wie das weitergeht. Ich hab, ich weiß persönlich jetzt noch gar nicht, wie das weitergeht. Vielleicht haben wir doch irgendwie ein Backup noch gehabt und vielleicht geht das auch nochmal weiter, keine Ahnung. Aber, naja, und so, ich hab keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Also, wundert euch bitte nicht, wenn jetzt im Moment kein Rail kommen sollte, dann liegt das halt da dran. So, und jetzt bin ich aber, glaube ich, auch mal die Aufnahme, weil, so, Holz ist leer. Dann könnt ihr mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, wie das denn jetzt so aussieht. Die Fackeln kommen ja natürlich noch wieder weg. Und das Holz ist bummed da dann auch noch. Aber jetzt haben wir hier erstmal schon mal so ein bisschen Holz hingebaut. Dann schreibt mal bitte ein paar Vorschläge in die Kommentare und ich muss nochmal eben kurz Skype lesen. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao Leute, würde ich sagen. Äh, hier müssen wir wieder Treppen einbauen. Ich glaube, ich crafte genommen. Ah, ne, ich hab ja gekündelt. Ich bin noch jetzt mehr. Schon wieder ist unser Holz leer. Ich glaube es nicht. Ich kann das irgendwie nicht fassen. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ist es Nacht? Ist es Nacht? Why done? Ne? Ich dachte, es ist Nacht. Ich wollte gerade... Woh, ey. Musst du mich erschrecken. Ich wollte gerade voll Monsterfighten machen. Jetzt ist es nicht mal Nacht. Jetzt ist es mitten am Tag. Sonst ist es doch auch immer Nacht. Naja. Dann gucke ich jetzt nochmal eben... Mh... Unseren Tieren vorbei. Unseren Tieren vorbei. Bevor ich hier die Aufnahme beende. Bevor ich Folge 99 beende. Ich meine... Ich meine, verschließt mit dieser Folge jetzt die unter 100 Folgen ab. Und ich muss jetzt da noch irgendwas hier machen. Das ist ja sonst peinlich. Wenn ich so wenig hier geschafft habe. So, ja, ne. Die Wiese, die müssen wir noch begrünen. Die müssen wir noch begrünen. Craft. Wo ist hier Bohnenmehl? Bohnenmehl? Da. So, 45. Ich meine, das muss jetzt ja eigentlich reichen. Ich begrüne hier nochmal ein bisschen die Wiese. Bevor hier... Bevor ich hier Folge 99 beende und das in Folge 100 dann geht. So, 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 so. Natürlich hier bei den Kühen auch nochmal ein bisschen begrünen. Und nein, ihr haut nicht ab, ihr haut nicht ab. So. Äh, hä? Achso, ja. Und hier die Schweine natürlich auch noch. Ihr Schweine! Ja, die Bäume, die können von selbst wachsen. Puh, du meinst, wenn ich jetzt mit Joe Arcane hier... Ich weiß mal, wie langsam braucht denn eigentlich hier die Erde, bis das bisschen zu krass wird. Und das arme Schwein, das ist immer noch allein. Aber es lebt noch. Mensch, wie... Was ich mich mal frage, wie... Wie ernähren die Viecher sich eigentlich in Mehlenschaft? Ich meine, das ist nur ein Spiel, aber trotzdem. Überlegt euch mal. Die leben alle noch und man gibt denen ja auch nicht irgendwie was zu essen. Und vor allem die Schweine. Ich meine, was macht das Schwein? Da müssen wir ja vielleicht nochmal ein bisschen was einfügen. Das würde ich geil finden, wenn die dann nochmal irgendwas einfügen würden. So von wegen... Hier, guck mal, ich bin jetzt auch noch zugewachsen. So von wegen... Äh... Ja, wenn die jetzt hier nichts... Dass man denen vielleicht was zu essen gehen muss, sonst du spawnen wie... Kannst du das nicht überleben oder sowas? Ich meine... Würde ich jetzt gut finden, wenn die so was einfügen würden. Es ist ja scheiße, wenn da Tiere sterben. Aber ich meine, das ist dann realistischer. Aber naja, guck mal, wie die uns immer angucken, ne? Ich bin ja eigentlich auch ein scharfes Gelbes, ein bepinkeltes, aber... Naja. Ich bin hier bei meinen Kollegen. Und ich würde mal sagen, ich beende die Aufnahme bei meinen Kollegen, den scharfen, bei meinen Brüdern. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und jo. Dann würde ich mal sagen, äh... Ach, das habe ich mich Brandfernsehen hier noch genannt. Ja, ich habe trotzdem meine Items, das ist ja gut. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, kann man hier auch schon die andere Ansicht an... Ne, kann man auch nicht machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jo. Dann würde ich mal sagen, ciao Leute. Ciao. Wir sehen uns in Folge 100 wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.